Moin Leute, heute ist der 26. Dezember und wir machen ein weiteres Türchen vom Adventskalender, okay, Silvesterkalender von Bleib Pyramatisch auf. Schauen wir mal, was hier drin ist. Los geht's! Und da haben wir die Bengalfeuer Blau von Funke. Ja, sehr schöne Teile. Habe ich auch schon gezündet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß gleich beim Testvideo. Let's go! Und viel Spaß jetzt hier mit dem Artikel. Los geht's! Los geht's! Ja, die sehen auch richtig schick aus, die Dinger. Und heute auch bei dem nebligen Wetter, richtig schöne Rauchwolke dahinter. So, was ein Rauch. Ja, vielen Dank fürs Ansehen des Videos und wir sehen uns morgen wieder. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin!